Ja, grüßt euch, Buam. Heute geht es um den Mythos des guten Mannes. Da möchte ich heute aus dem Tomassi-Gospel auch etwas vorlesen, denn das ist auch eine Frage, die immer häufiger kommt, ja. Kann man auch hier der Mr. Sexy oder Alpha und Beta, also der Versorger in einer Person sein? Weil das ist natürlich, wie gesagt, immer hier ein Spektrum. Menschen sind nicht entweder pure Alphas, sondern haben natürlich auch Beta-Anteile und Betas haben natürlich auch Alpha-Mr. Sexy-Anteile, weil das halt nicht in schwarz und weiß zu sehen ist, sondern als Abstraktionsbegriff, um das einfacher auch zu verstehen von den ganzen Leuten, die da hier ihre Ego-Investments immer wieder irgendwo auch attackiert sehen. Da sehen wir dann öfters mal diese Unterstellung, oh, das ist ja ein Denken in Extremen, schwarz-weiß und so weiter, ist aber halt leider Bullshitten und deswegen ist es ja nie wirklich in Stein gemeißelt. Aber trotzdem, vor allem bei dem Punkt vom Alpha und vom Beta, sehen wir immer wieder solche Tendenzen. Beispiel vom Black Label Logic, der hat das mal aufgestellt und vor allem hier weiter unten ist das immer ein Aspekt, den wir da bei den Alphas sehr häufig auch bezeugen, dass die den mentalen Ursprungsort bei sich selber haben, weil es ja oftmals auch Mindset-Aspekte sind, die hier zum Tragen kommen im Vergleich zu dem Beta-Mindset, die dann total fremdbestimmt sind und sich von anderen was sagen lassen, versuchen den anderen alles recht zu machen. Und da gibt es natürlich auch manchmal Überschneidungen, je nachdem, in welchem Kontext man sich gerade befindet. Ja, wenn man in einer fremden Kultur ist, wo der eigene Status in diesem Kontext wieder unklar ist oder anders, da ist man natürlich vorsichtiger und auch unterwürfiger Leuten gegenüber, die sich da besser auskennen. Deswegen, wie schon gesagt, keine Identitäten hier, sondern Abstraktionen. Aber im Grunde ist es halt oftmals dann das, ja, Beta sind vielmehr unterwürfig. Denen ist immer ganz wichtig, was rauskommt. Unbedingt wollen sie von allen gemocht werden. Die offene Kommunikation, ja, oder masochistische Eigenschaften zum Teil, dass sie sich da immer auch selber geißeln, ja. Eigene Interessen, Wünsche, Bedürfnisse werden unter den Chefe gestellt und auch Co-Abhängigkeiten, die ja daraus oftmals herauskommen. Und andere sind im Fokus. Wie gerade gesagt, ja, was gefällt denen und so weiter. Im Vergleich, wie er das halt sagt, ja, der Alpha ist dominant. Dem ist mir halt weniger wurscht, was rauskommt bei seinen Aktionen. Hat auch Aspekte vom Machiavelli, ja, der andere als Mittel zum Zweck, weil er da auch vor allem bei den pathologischen Aspekten, die dann häufig auch mit Narzissmus einhergehen, sind ja vermehrt auch Alphas vorzufinden, weil er die dann auch, ja, wie er hier schreibt, narzisstische Aspekte hat. Aber da wird mir persönlich viel zu selten ja dann auch die Ehrlichkeitsbescheidenheitswerte mit reinfaktoriert, weil es gibt natürlich auch Alphas, die selbstbestimmt im Leben stehen, ohne zwangsläufig die dunkle Triate immer mit abzudecken. Jeder Mensch hat eine dunkle Seite, klar, aber auch hier gibt es natürlich Unterschiede. Aber da stellt sich halt wieder die Frage, okay, gibt es da auch Überschneidungen? Klar, aber oftmals wollen die Männer den Mr. Sexy und den Mr. Stabil in einem abdecken und fallen dann häufig auf einer Seite, vor allem auf der Beta-Seite runter. Und dass es eben so schwer ist bis unmöglich, wenn man das absichtlich hier anstrebt. Und das hat der Tomasi eben da in seinem Artikel damals schon geschrieben, ja, der Mythos vom guten Mann. Da sieht man schon, okay, Bad Boy, Alpha und hier diesen Nice Guy, dass man hier am besten beide in einem abdeckt. Aber wenn man das sich als Ziel setzt, wird es umso schwerer. Und da schreibt er, okay, so oft ich in diesem Blog meine besten Versuche unternommen habe, zu definieren, was meiner Meinung nach die weibliche Hypergamie ausmacht, scheinen Kritiker der roten Pille und sogar neuere wohlmeinende Befürworter der roten Pille, Hypergamie als solche zu betrachten, dass es eben ein praktischer Trumpf ist, ja. Alles ist Hypergamie, auf den sich die Manusphäre dann bezieht, wenn sie ein nerviges weibliches Merkmal erklären will. Ja, das ist ja genau das. Das sind immer hier biologische Imperative, die mit reinfaktorieren, aber man kann ja nicht alles damit immer erklären. Manchmal ist eben, wie der Freud auch mal gesagt hat, eine Zigarre nur eine Zigarre. Und das meint er ja auch hier, weil er sehr oft differenzierter rangeht. Und da hier, Beispiel, testet sie dich, muss die Hypergamie sein. Sie hat einen Nagel gebrochen, muss die Hypergamie sein. Ja, auch schon dieses Zwangskorsett. Dabei ist das halt schon ein relevanter biologischer Imperativ, aber nicht immer monokausal für alles hier verantwortlich. Es besteht ein sehr realer Wunsch, die Dinge in eine möglichst simple Lösung zu verstehen, aber die weibliche Hypergamie ist keine Dynamik, die sich für einfache Definitionen eignet. Einer der Gründe, warum die Befürworter von Pickup auf Probleme mit der Legitimation ihrer Ideen stießen, war, dass so viele ihrer Studenten nach leicht verdaulichen Antworten suchten, um ihre Mädchenprobleme zu lösen. Weil, das ist auch so spannend, weil die Red Pill kannst du ja nicht in dem sogenannten Elevator-Pitch mal kurz zwischen Tür und Angel erklären. Das sind ja sehr komplexe Dynamiken, die ja in allen Lebensbereichen hier mit Einfluss haben. Weiter schreibt er, wie er dargelegt hat, wollen die Jungs die Fußnoten-Version von Too Long Didn't Read, ja, zu lange hier, viel Information, bitte schnell die abgekürzte Version, was zu tun ist, um zum Teil der Lektion mit der Wundermittel-Formel zu gelangen, ja, die magische Pille. Entweder mit ihrem Traummädchen oder fang an heiße Damen hier weg zu bungern. Es ist genau diese Mentalität, die jetzt für solche Frustration sorgt, wenn du die Hypergamie verstehst und siehst, wie sie funktioniert. Nicht nur bei persönlichen Entscheidungen einzelner Frauen, sondern es ist eine gesellschaftlich beeinflussende Kraft des weiblichen Imperativs. Hier die weiblichen Interessen. Haben ja auch mal beleuchtet, wie er auch die Hypergamie-Einflüsse bis hin zur Politik mit beeinflusst. Markiere ich auch nochmal gerne hier oben. Weiter schreibt er, Hypergamie ist keine Mathematik, ist Schwerdynamik, aber, da sie ein umfassendes und sich weiterentwickelndes Verständnis erfordert, scheint die Antwort auf das Verhalten von Frauen und mentale Schema für Männer, normalerweise neu in der roten Pille, ja, die meistens neu dabei sind, ohne Geduld zu sein, sich wirklich in das Erfassen zu investieren. Und das ist ja genau das. Es ist Aktualisieren. Es ist eine Art Protowissenschaft, wie ich mit dem Volk und Jesus ja schon mal besprochen habe, weil immer wieder neue Erkenntnisse hier auch vor allem aus der evolutionären Psychologie kommen. Während ich mich durch den zweiten Bund des Buches von The Rational May schreibe, habe ich festgestellt, dass ein präzises Verständnis der weiblichen Hypergamie entscheidend ist, um so viel von der sozialen und psychologischen Dynamik zu erfassen, die daraus resultiert. Jede Pick-up-Technik, jede gemeinsame Frustration, die MGTOWs erleben und jede geschlechtsspezifische soziale Ungerechtigkeit, gegen die sich die Men's Rights Activists stellen, haben ihre Wurzeln in der weiblichen Hypergamie, der pluralistischen Sexualstrategie von Frauen und der sozialen und rechtlichen Manifestationen, die eingesetzt werden und eine maximale weibliche Vorherrschaft bei der Optimierung der Hypergamie sicherzustellen. Das ist ja auch so spannend, wie wir schon mal angeschaut haben, wenn es jetzt hier auch um die Reproduktion geht. Ja, wenn der Mann jetzt sagen würde, okay, Vaterschaftspflichttest, damit ich auch sicher bin, ich bin der biologische Vater, damit ich hier nicht Mr. Sexy oder Asi Tony ein bisschen Spaß hatte und ich jetzt der Depp vom Dienst bin, das wird ja heftigst bekämpft, das wird ja kaum durchkommen und Abtreibung auf der anderen Seite wird immer mehr legitimiert, auch soziokulturell und egal, wie ihr jetzt da moralisch eingestellt seid, wir sehen hier auch massive Doppelstandards, weil wenn der Typ jetzt Status, Kohle und hohe Prestige hat, wie ja schon mal gesehen bei den ganzen NBA-Spielern, da wird dann das sogenannte Spermchecking betrieben, weil da ist einiges an Kohle, Status, Prestige, gute Gene auch zu holen im Vergleich zu den Männern, wo sie den Hypergaben Zweifel haben, wo sie dann unbedingt auch abtreiben müssen. Es steht ja nicht zur Debatte, okay, vielleicht Adoption, es muss ja wirklich hier unbedingt um die Abtreibung gekämpft werden. Warum Hypergaben Zweifel gesamtgesellschaftlich hier institutionalisiert, wenn man so möchte. Markehe aber auch nochmal hier oben, das ist auch sehr spannend, wie die Hypergamme hier die Geburten kontrolliert. Weiter schreibt er, Aussehen gegen die Verführungskunst, auf Englisch übersetzt, Game, hier das Spiel. In den letzten fünf Beiträgen hat das Diskussionsthema in den Kommentarfratch schließlich den Weg zurück zu den Grundlagen vom Aussehen versus Charakter oder Game gefunden. Nur Diskussionen darüber, was Alpha bei einem Mann ausmacht, sind so umstritten, wie wichtig es ist, dass Frauen der körperlichen Erregung bei Männern Priorität einräumen. Meine Absicht mit dem heutigen Beitrag ist es nicht, diese alten Debatten wieder aufzuwärmen, sondern den Zusammenhang zwischen Hypergamie und dieser Priorisierung der Erregung etwas weiter zu untersuchen. Und da kommen wir jetzt genau in das Spannende rein. In der ersten Linie ist es wichtig zu verstehen, welche Rolle die Biologie von Frauen bei der Beeinflussung der Hypergamie spielt und wie die Biologie von Frauen mehr oder weniger der Ausgangspunkt für die Durchführung ihrer sexuellen Strategie ist. Zur Überprüfung bitte ich die Leser, sich auf meinen Beitrag Menstruation ihr Freund zu beziehen. Und das ist halt die Ovulatory Shift Hypothese, dass je nachdem, wenn Frauen kurz vorm Eisprung sind, hier den Mr. Sexy mehr priorisieren und mit dem mehr Zeit verbringen und den Beta-Versorger ein bisschen mehr fernhalten, damit hier Dinge passieren können. Ja, gerade Ladies Nights. Kurz vorm Eisprung wollen sie dann plötzlich mit den Mädels irgendwo hin, ja, eine große Rundreise machen, aufs Festival gehen. Lauter solche Dynamiken wirken hier ja mit rein. Er schreibt weiter, da aber die Grundlage des sexuellen Pluralismus, ja, Hypergamie, Alpha-F-Beta-Bugs von Frauen liegt in der natürlichen Anziehungskraft, die Frauen als Folge des gesunden Eisprungs erfahren. In ihrer proliferativen Ovulationsphase des Eisprungs sind Frauen psychisch und verhaltensmäßig motiviert, der körperlichen Erregung Vorrang von allen anderen Überlegungen zur Zucht einzuräumen. Ist wahrscheinlich hier schlecht übersetzt, was hier gemeint ist. Natürlich, wenn es um hier den kurzzeitigen Spaß mit dem Mr. Sexy, wir alle kennen ihn, Asitoni und so weiter, der sexy Typ auf der Schaumparty, mit dem dann kurz schnell hier was angefangen wird, für die guten Gene, dann wieder gehäuft zurück zum Versorger. Aufgrund des biologischen und psychologischen Einflusses sind Frauen unterschwellig für Verhaltensweisen prädispositioniert, die die Fruchtbarkeitschancen mit den besten verfügbaren Zuchtmöglichkeiten zu maximieren und das beste Potenzial für langfristige Versorgung und Investitionen der Eltern zu maximieren. Ja, weil die Frau hatte den höchsten Elternaufwand im Vergleich zum Mann, der kann ja schnell weg und da sehen wir oftmals ja auch das, wenn man hier eine Genomanalyse macht in der ganzen Menschheitsgeschichte, 40% der Männer haben sich reproduziert im Vergleich zu 80% und vor 8000 Jahren war es ja noch heftiger, wo es keine großen Kriege gab, aber auf einen Mann 17 Frauen kamen und hier natürlich eine starke Diskrepanz dann auch in den Genomen unter den A nachweisbar ist. Unabhängig davon, ob sich dieses Verhalten in einer Präferenz für maskulinisierte männliche Gesichter und Körpertypen einer stärkeren Verzierung, ja, dass er hier eben mehr diesen Peacock macht und einer geringeren Stimmintonation für Frauen während des Eisprungs oder einer Veranlagung für beruhigende, pflegende und unterstützende männliche Eigenschaften während ihrer Lutealphase manifestiert, Beta-Versorger, ist das Endergebnis für die Hypergamie optimiert und letztendlich zur Fortpflanzung. Das wäre ja auch lächerlich, ja, vor allem früher, wo viel mehr Gefahr da war, musste man einen Plan B als Frau haben, um da, wenn da eine wegstorben ist, vor allem die Alpha-Männer, die dann viel mehr an der Front, auch wegen der Konfrontationsfähigkeit waren, dann ersetzt werden und deswegen entlieben sich Frauen ja auch schneller im Vergleich zu den Männern und kommen damit viel besser klar, wie ja auch mal in den Studien analysiert wurde. Mark Kierke, ich habe auch nochmal alles gerne unten in der Infobox. Und da kommen wir auch zu einem sehr interessanten Aspekt, nämlich der Erregung versus Anziehung, ja, Anziehen sind diese Sachen, die für die Langzeit interessant sind, wie zum Beispiel, ja, fürsorglich, guter Vater und, ja, emotionale Reife im Vergleich zu den Aspekten, die sie körperlich, sexuell erregend findet. Das sind dann viel mehr Aussehen, Konfrontationsfähigkeit und halt dieser klassische Mr. Sexy, wie vorhin, Beispiel, hier der sexy Typ von der Schaumparty. Und das ist genau so interessant, weil da sagt er dann, aus dem Beitrag der letzten Woche haben Kommentatoren in einem seiner wenigen langatmigen Kommentare dieses Stück evolutionärer Wahrheit eingeführt. Frauen erhalten von Männern nur zwei Mengen an evolutionärem Wert. Direkte Vorteile beobachtet bei der langfristigen Paarung mit Auswirkungen auf das Überleben der Nachkommen und genetische Vorteile beobachtet durch Hinweise auf körperliche Attraktivität bei ihrem Partner. Und das passiert eben häufig unbewusst, das schnallen die gar nicht, aber trotzdem passiert es ja, weil es eben durch diese sexuelle Selektion das Fortbestehen der Menschheit garantiert hat. Da ist eben nicht sehr viel politische Korrektheit dabei, aber trotzdem sehr pragmatisch orientiert an den damaligen Gegebenheiten über mehrere Jahrtausende. Und das kriegst du halt jetzt nicht einfach durch die Magie der Zauberkunst plötzlich weg. Und da Frauen außerhalb der Ehe genetische Vorteile erhalten können, das heißt durch gelegentliche sexuelle Begegnungen und sich nicht mehr auf Partner verlassen müssen, um ihre Nachkommen zu überleben, besteht für sie kein Druck mehr Kompromisse einzugehen, wenn sie sich für eine unwahrscheinliche langfristigere Situation für den Fantasiepartner, ja dieser eine tolle, wo sie immer die tonnenweise ellenlangen Listen haben, dann vorbereiten. Denn im Notfall haben sie immer noch Alternativen, um das zu verwirklichen. Dieses derzeitige soziale Muster erhöht die männliche Varianz beim Paarungserfolg stark, da weibliche sexuelle Entscheidungen immer zu kleinen männlichen Brutpopulationen tendieren. Enger Bereich männlicher Phänotypen, ja diese ultra heftigen Mr. Sexys, haben sie ja auch vor kurzem erst analysiert, die Top-Männer berichten von noch mehr Partnerinnen, weil der sexuelle Marktplatz ja so krass eröffnet wurde durch Tinder und das Social Media Dating Age. Während männliche Präferenzen einen breiten Bereich weiblicher Varianz einschließen. Und das ist ja auch so spannend, dass wenn man schaut, okay, was schauen sich die Männer an, vor allem bei den Big Data Analysen von Pron, da sind es halt ja dicke, dünne und alles hohe Varianz, aber Frauen achten im Durchschnitt sehr eintönig auf den männlichen Typen, der dann die Muckis hat, wie Taper-Lattmuskulatur und hier eigentlich sehr einfach in ein Spektrum immer wieder reinpasst. Auch sehr schön hier aus den Analysen von OKCupid am Beispiel zu sehen, Männer, die von Frauen attraktiv gewertet wurden, nur ein kleiner Bruchteil, im Vergleich zu den Frauen, die durch die Männer bewertet wurden, weitaus größerer Spielraum, wie gerade ja gesagt. Weiter schreibt er, ich glaube, einer der Hauptargumente ist, dass wie beschrieben moderne Annehmlichkeiten der sozialen Befähigung von Frauen tatsächlich oder imaginär die Notwendigkeit über Gamma-Zusicherung langfristiger Sicherheit herabsetzt. Ich bin nicht so bereit, eine generelle Missachtung des Versorgeraspekts, ja, Beta-Bugs zu akzeptieren. Sie werden jahrtausende psychologisch weiterentwickelte Firmwaren nicht über Nacht neu programmieren. Da sehen wir immer, die besten Freunde, emotionale Tampons und Versorger sind natürlich nicht ganz weg. Die Frauen können heutzutage zwar ihr eigenes Geld verdienen und sind notfalls auch durch den Nanny-Start abgesichert, aber wenn sie dieses Bedürfnis außer Acht lassen, die Eigenschaft, für die Frauen einen Mann suchen, würden beispielsweise für die beste langfristige Sicherheit hervorgehoben werden, wenn sie nicht vollständig berücksichtigt wären. Wenn du das Online-Profil einer Frau liest, stoßt du zweifelos auf Variation dessen, was als die 483-Checkpoint-Liste bezeichnet wird. In der Voraussetzung beschrieben werden, die ein Mann besitzen muss, damit eine Frau ihn als geeigneten Kandidaten für ihre Intimität betrachten wird. Ich glaube zwar nicht, dass es so viele Punkte auf der Checkliste gibt, aber sie werden eine Vielzahl von persönlichen Eigenschaften finden, die ein Mann haben muss, um ihr Freund zu sein. Das sehen wir ja oftmals, dass, ja, wenn nachfragst, kommen dann immer diese Wasserfälle, diese schönen Bekundungen. Selbstbewusst, vor allem humorvoll, freundlich, intelligent, kreativ, entschlossen, einfühlsam, respektvoll, spirituell, geduldig. Ich könnte weitermachen und du könntest einfach diesen alten Witz lesen. Das ist ja diese deutsche Meme auch, ja. Sie sagt, sie möchte einen feministischen, öko-veganer und was weiß ich, aber dann landet sie doch wieder bei dem Bad Boy, der dann hier einen völligen Furz auf diese ganzen Sachen gibt und dann halt primär konfrontationsfähig, mehr Muskeln am Start hat und halt mehr auch dieser toxische Mann, der dann eben hier diese Erregung erzeugt, im Vergleich, dass das, was auf dem Papier steht, halt nur Langzeit Attraktivität erzeugt. Der Punkt ist, dass all diese Eigenschaften, die Frauen als attraktiv bezeichnen, absolut keinen Einfluss darauf haben, wie sexuell, körperlich, erregend eine Frau diesen Mann findet. Wie ich in der Vergangenheit beschrieben habe, können Verführung und Persönlichkeit zwar die Erregung verstärken, aber all diese esoterischen, persönlichen Eigenschaften haben keinen intrinsischen China-Tingle-Wert, wenn ein Mann zunächst keine Erregungsperspektive ist. Das ist ja genau das. Egal, wie viel Game jetzt ein Penner hat, wenn sie den erstmal anschauen, boah, ist das hier fetter, ungepflegter Typ, der nur am Straßenboden flackt, findet halt die Frau hier nicht überhaupt anfangs interessant, dass sie mit dem überhaupt ein Gespräch kommt, wo dann sich die Persönlichkeit entfalten kann. Das ist ja oftmals das beste Beispiel am Essen. Das Essen kann so gut schmecken, wie es nur geht. Klar entfaltet sich hier die Persönlichkeit dann erst, nachdem sie isst, aber das Essen muss ja auch was her machen, dass sie überhaupt mal neidbar ist. Und so ist es ja auch mit diesen Aussehensaspekten. Die darf man auf gar keinen Fall zu sehr vernachlässigen, aber natürlich auch nicht zu sehr hier als alles oder nichts bewerten. Die Verwirrung hier ist, dass die meisten Beta-Männer davon ausgehen, dass was Frauen als notwendigerweise attraktiv bezeichnen auf dieser Liste, sie auch zeitgleich sexuell erregen. Aber das ist ein Fehlschluss. Wenn er sich oft im Laufe seines Lebens modelliert, um sich persönlich mit dieser Checkliste attraktiver zu machen und sich dadurch eben zu definieren, ist er oft frustriert und verärgert. Ist ja auch so ein verborgener Vertrag. Ja, ich hüpfe durch den und den und den Reifen. Dann werde ich endlich heile gesprochen. Wenn all diese persönlichen Entwicklungen kaum einen Unterschied macht, wenn eine Frau sich dafür entscheidet, regelmäßig Männer mit einem besseren Körper zu bunkern. Sehr spannend auch, ja, weil man ja auch in den Meta-Analysen sieht, dass vor allem körperliche Attraktivität für Männer hier sehr wichtig ist, wenn es da wieder um weibliche Anziehung geht. Es ist eine Art Doppelstandard, aber es ist auch eine Strategie der absichtlichen Verwirrung. Es ist vielleicht nicht der bewusste Plan einer Frau, aber diese absichtliche Verwirrung macht den besten pragmatischen Sinn, um eine optimierte Hypergamie zu entwickeln. Da sehen wir dann oftmals, ja, sei einfach du selbst, weil wenn er dann wirklich ein Beta ist und nur so tut, als wäre er ein Alpha, dann möchte sie ja damit offenbaren, okay, das ist jetzt bloß ein Beta im Wolfspelz, damit sie dann hier den Hypergamen Zweifel minimiert und sich diesbezüglich absichert. Weil das sagt er, denk dran, dass Hypergamie nicht nur Alpha-F ist, sondern auch Beta-Bugs, wenn auch etwas verzögert in ihrem Leben, ja, 28 Erleuchtungsphase, wie beim letzten Video, sehr schön zu sehen. Weil Alpha-F wird ja zu einem bestimmten Teil hier immer maximiert oder zumindest optimiert. Wenn eine Frau beschreibt, was sie an einem Mann attraktiv findet, enthält diese Liste allen oben genannte Aufzählungszeichen, weil sie richtig klingen, ja, soziale Erwartungen, politisch korrekt, konform, aber es entspricht ja dann nicht das, was sie wirklich auch hier von der Fleischeslust intrinsisch interessant findet, weil sie im besten Licht erstrahlen lässt, aber auch, weil sie so besorgt klingt und damit der Idee untersteht, dass sie den richtigen Plan verfolgt, nach einem guten Mann zu suchen, mit dem sie eine Zukunft haben wird und mit dem sie Kinder großziehen kann. Damals und heute, es hört sich so an, als würde er sich da selber beschönigen, aber er kann sich noch erinnern, wie mühelos Bunga für ihn war, als er in seinen 20ern war. Er hatte Bunga im Freien, der Tomasi hier, im Auto, im Hotelzimmer, Whirlpool, im Dampfbad, in eines Frauen Fitnessstudios, ich habe es sogar mit einer Freundin auf dem Balkon einer Kirche in L.A. Wieder nach Stunden, okay. Niemand war in der Nähe, meistens hatte er keinen Cent in seinen Taschen, aber er hatte immer noch zwei Bunga-Partnerinnen, die buchstäblich ein oder zweimal in der Woche morgens zum Schlafzimmer seiner Wohnung kamen, um ihn zu bunkern, bevor er ins Community College gegangen ist. Und das ist ja dann auch das, die Mr. Sexys, die attraktiven Poolboys, die müssen nicht diesen Statusaspekt des Beta-Versorgers mit erfüllen. Da reicht auch diese Komponente, weil hier geht es ja um Alpha F, die guten Gene. Der Punkt dabei ist, dass es keine Strichliste gab, die dann diese Anziehung hervorbeschworen hat. Es war nur er und das Mädchen, das hier Spaß hat, ja. Und ja, dass es soweit kommt, musste er nicht diese ganze Checkliste erfüllen. Sie fand ihn einfach intrinsisch attraktiv und es kam zu diesen ganzen Aspekten. Es gab keine Checkliste akzeptabler Vorqualifikationen für Intimität. Genau, die Notwendigkeit eines Anbieters, die eine langfristige Überlegung vorschreibt, war nicht einmal ein nachträglicher Gedanke. Mit anderen Worten, der Beta-Bugs, Charakter oder auch dieser Integritätsaspekt der Hypergamie, von dem Frauen öffentlich behaupten, er sei ein Dealbreaker für echte Intimität, wurde weit unter der sexuellen Dringlichkeit von Alpha F prioritisiert. Und das ist so wichtig, dass man sich dieser Dynamik bewusst wird und es auch versteht. Jetzt kannst du sagen, dass es nur eine Art von Mädchen waren, ja. Da versucht man dann immer auch wie die Puritaner dann immer hinzugehen, oh, das ist noch nicht alles so und das ist bestimmt ein Einzelfall, ist ja bloß eine Anekdote. Der Klassiker, wenn auch hier wieder die Ego-Investments attackiert werden. Aber er weiterschreibt da, mit denen er zur Zeit zusammen war. Aber dank der sozialen Medien sieht man ja viel mehr, was jetzt auch hier hinter Tür und Tor öfters auch passiert, weil die Leute ja da alles hier die Informationen dann preisgeben. Ja, sie werden ja alle so anders, als sie im College waren. Die klassische Erleuchtungsphase. Erst nach der Erleuchtungsphase einer Frau, sagt er, ja. Wenn sie sich ihres absteigenden Marktwertes bewusst wird, beginnt sie darüber nachzudenken, diese Beta Versorger-Checkliste zu einer Voraussetzung für Bunga und intime Partnerschaften zu machen. Ja, das ist so lustig, weil auf Tinder steht dann immer so, ah ja, damals, ah, da war ich so und, ah, die wilden Jahre sind vorbei. Jetzt soll hier bitte so eine Kilometerliste erfüllen. Und was er damit sagt, ist, dass der Mann, der jetzt drankommt, durch viel mehr Reifen hüpfen muss und viel mehr erfüllen muss, damit er eine Frau, die nicht mehr so attraktiv ist, haben kann. Im Vergleich zu dem Mr. Sexy, der damals bloß irgendwie da halt so existiert hat, ja. Sehr heftiger Doppelstandard, wenn man das hier auch mal genauer hinterfragt. Diese Offenbarung ist jedoch nicht die plötzliche Erfahrung, ja, diese oftmals nach außen, ja, so kommunizieren, ja. Also ich bin einfach erwacht und wollte ins Ashram. Die Frauen von Männern erwarten, dass sie das glauben. Das ist ja genau das. Frauen möchten ja nur, dass es die Männer irgendwo glauben. Für mein Leben kann ich mich nicht erinnern, wo ich den Link gelesen habe. Das ist eine Art Dear Abby Ratschlag oder halt bei uns Brigitten Ratschlag, in dem ein Artikel von einem jungen Mädchen Anfang 20 suchte, das verärgert darüber war, nur sie den perfekten Kerl zu finden konnte, jetzt nicht mit ihm zusammen zu sein. Ja, das ist ja genau das. Wo sind denn die 20-Jährigen, die alle sagen, ja, wo sind denn alle guten Männer hin? Das sind ja meistens immer genau die Frauen, die nicht rechtzeitig mit ihrer Attraktivität einen Cashout am Datingmarktplatz gemacht haben und dann mit 30, 35 hier, ah, wo ist denn der perfekte Kerl? Weiter sagte, ihre Worte waren so etwas wie, er ist so großartig, großartige Persönlichkeit, lustig, in mich verliebt, unterstützend und so weiter. Aber ich wünschte, ich könnte ihn rechtzeitig einfrieren, damit er der gleiche Typ ist und auf mich wartet, wenn ich 29 werde oder 30. Das ist ja genau, bei How I Met Your Mother haben wir es ja auch gesehen, da wo sie den Ted einfrieren möchte, weil er so ein Beta-Versorger ist und so nett und oh, du bist wie eine beste Freund für mich und ich will dich ja so gerne einfrieren, genau um dann später den Langzeitversorger hier wieder aufzutauen oder aus dem Schrank hier rauszuholen. Auf einer bestimmten Bewusstseinsebene kennt sie, wie die meisten Frauen, das Diktat dessen, wofür ihre eigene Hypergamie sie prädispositioniert. Sie weiß, dass sie irgendwann diesen perfekten, unterstützenden, verliebten Kerl brauchen wird, um den langfristigen Aspekt ihrer Hypergamie auszuleben, nachdem sie ihr kurzfristiges Zuchtpotenzial mit Männern ausgeschöpft hat, die die Alpha-F-Strategie hier erfüllen, von ihrer diesbezüglich optimierten Hypergamie. Nächste Überschrift, Erregungsvorbereitung versus Bereitstellungsvorbereitung. Bei aller Umgangssprache muss ich bis zu einem gewissen Punkt zustimmen, dass das Gleichgewicht zwischen den kurzfristigen Impuls von Frauen und den langfristigen Versorgungsbedürfnissen der Hypergamie sie dazu veranlässt, die Alpha-Geschlechtsseite dieser Optimierung stark zu begünstigen, vor allem in der heutigen Zeit, weil ja für die Beta-Versorgung viel mehr, wie vorhin erwähnt, gesichert ist. Im Artikel Offene Hypergamie hat er dafür plädiert, dass der Aspekt einer alten Ordnung der Beta-Bereitstellung ein zuvor attraktives Element für Frauen war, die die langfristige Eignung für einen Mann bestimmen. Aber heute haben sich ja hier diese ganzen soziokulturellen Aspekte gewandelt. Deswegen funktionieren die alten Ideen auch nicht mehr. Und dass diese alte Ordnung durch andere extremistische Mittel ersetzt wird, Gewährleistung der Sicherheitsbedürfnisse einer Frau, ob durch soziale Finanzierung oder durch die Einbeziehung von Männern, um das Wohlbefinden von Frauen durch andere soziale Konventionen zu gewährleisten, die ganzen Orbiter in diesem Fall. Der Effekt ist ein Ungleichgewicht zwischen der dualen Natur der Sexualstrategie von Frauen. Ich habe jedoch auch das Gefühl, dass es über das soziale Element hinausgeht. Männer sind immer noch verwirrt von einer weiblichen Konditionierung, die ihnen rechtzeitig einfrieren will, die Betas auf dem Abstellgleis, um der pflichtbewusste, perfekte Mann zu sein, bereit zum Auftauen, wenn es jetzt darum geht, dem weiblichen Imperativ nach Belieben einer Frau zu dienen. Weil es halt gerade so bequem ist, müssen die Männer dazu konditioniert werden, um eben diese Verwirrung zu erzeugen. Ja, dass die Anziehungsqualitäten sind bereits da und er müsste nur perfekt seiner festgesetzten Zeit hier diese Erregung, diese Qualitäten erfüllen, die Checkliste, was aber natürlich nicht stimmt, weil Anziehung ist nicht verhandelbar und nur wenn jetzt diese verbalisierte Checkliste erfüllt, entspricht es ja nicht der Realität. Und es sind Frauen, die für sich selbst denken müssen, dass sie das auch glauben. Also es soll wahr sein, aber es ist ja dann letztendlich nicht das, auf was sie anspringen. Und da sehen wir halt auch den vorher angekündigten Mythos vom guten Mann. Zu Beginn einer seiner früheren Beiträge bezieht es sich kurz auf das Ideal des ausbalancierten Mannes, der den Optimierungszweck der weiblichen Hypergamie erfüllen würde. Es gibt Methoden und soziale Erfindungen, mit denen Frauen seit Jahrhunderten sicherstellen, dass die Gene der besten Männer ausgewählt und mit der besten Versorgung durch die Männer dann auch für sie gesichert werden, die sie eben mit ihrem Aussehen anziehen kann. Im Idealfall sollte der beste Mann beides veranschaulichen, aber selten existieren die beiden im selben Mann, besonders heutzutage. Um ihren biologischen Imperativ zu erreichen und aufgrund eines angeborenen Sicherheitsbedürfnisses müsste sich das Weibliche als Ganzes entwickeln, soziale Konventionen und Methoden, die sich je nach Umgebung und persönlichen Bedingungen ändern, um dies zu bewirken. Das sehen wir auch schon mal beleuchtet, diese ganzen sozialen Normen, die da ja immer wieder auch herangeführt werden. Soziale Väter zum Beispiel für diesen Versorgaspekt und von Mr. Sexy hat sie dann das Kind proaktiv mit in diese Beziehung gebracht und er ist dann halt hier der Kack, wie man ja auch sagt. In dieser Hinsicht gibt es eine Dichtomie für Männer, die für Frauen wirklich keine Parallele hat. Mir sind einige ehemals rote Pillenblocker bekannt, die dem Archetypen eines Guten als eine Rolle fördern, nach der Männer im Idealfall streben sollten. Der Archetyp Alpha Cat muss notwendigerweise zur Duschbeck-Karikatur einer offenkündig widerwärtigen Männlichkeit werden. Das ist ja genau das. Alphas werden immer so als stupiden Hau drauf in der Andertaler dargestellt, damit man das ganze Konzept aus dem Fenster schmeißen kann. Oder man stellt es einfach auch als extrem dar, um das wieder aus dem Fenster zu schmeißen. Der klassische Strohmann. Und dennoch ist die entgegengesetzte Karikatur, die Fußmatte, also der Beta-Versorger, der total unterwerfig ist und sie anfleht, ebenso unangenehm und sicherlich unhaltbar, wenn man auch versteht, dass die attraktiven Eigenschaften niemals erregende Eigenschaften sind. Der Archetyp des guten Mannes wird also als eine Art Ideal angeboten, wenn Männer daran streben könnten, das Beste aus dem Eifer zu verkörpern und das mit dem zu mildern, was sie selbst als das Beste aus dem Beta-Aspekt hier definieren. Dann wäre er natürlich der perfekte Fang für jede Frau. Das Problem mit diesem Good-Guy-Mythos ist nicht, dass Männer nicht versuchen können oder wollen, die Hypergamie von Frauen für sie auszugleichen, sondern einfach, weil Frauen dieses Gleichgewicht zunächst nicht bei demselben Mann wollen oder erwarten. Es kommt auf das, kapierst doch einfach Prinzip, auch mal hier beleuchtet, oben gerne nochmal, Prinzip für Frauen zurück. Jeder Mann, der sich Sorgen machen muss, um das zu werden, was Frauen von ihm erwarten, kann es nicht werden, weil dadurch operiert er ja in ihrem Frame. Der Mann muss ja das von sich aus einfach so kapieren. Der Typ muss hier stabil sein, Konfrontationsfähigkeit, seinem Ziel, seinen Sinn, des Lebens hinterher laufen, aber weil er das für sich selber will, nicht um den Frauen zu gefallen. Das ist ja das ewige Paradox, was ihn aber dann erst hier so interessant macht, wenn er dann das für sich selber in diesem Aspekt dann auch abdeckt. Aber sobald er das macht, weil er sich denkt, okay, Frauen finden das interessant, findet die Frau wieder nicht interessant, weil sie das dann eben merkt, okay, der macht das bloß, weil ich das möchte. Aber er soll halt einfach von sich aus so sein, weil sonst hat sie ja wieder den Hypergamen Zweifel, weil sie dann sagt, okay, das ist ein Beta im Wolfspelz, also unattraktiv. Frauen wollen den Mr. Perfect, also den Alpha und diese Versorgeraspekte in einem, weil er das halt ist und nicht, weil es ihm erst gesagt werden musste. Das ist wie, als würdest du zu jemandem sagen, du liebst mich doch mehr. Das zählt ja auch nicht. Es soll ja intrinsisch von sich aus rauskommen. Ich habe oft erwähnt, dass es bei Frauen wirklich keine Parallele dafür gibt und ich sicher bin, dass die Dichtomie zwischen der Madonna-Dirnen-Komplex später in den Kommentaren erwähnt wird. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es keine konzentrierte Parallelen sozialer Anstrengungen von Frauen gibt, in denen sich Frauen gegenseitig dazu auffordern, ein gutes Mädchen zu werden, um die Ideale der Männer zu befrieden. Wenn überhaupt ist ein feindlicher Gegenwiderstand anzutreffen. Und es ist ja auch das, man kann es ja nicht vergleichen, weil der Mr. Sexy, der ja dieser promiskuitivmäßige Typ ist, zu dem viele Frauen aufschauen und den dadurch halt noch mehr interessant finden, ist ja dann diametral gegenüberliegend der Frau, weil Männer bei Frauen ja nicht auf Status wichtig sind, sondern dass sie eben attraktiv sind, ja, Fertilität und vor allem die Kooperationsfähigkeit, also was eigentlich der Betamann ist und die Frauen unattraktiv finden, die Männer bei den Frauen attraktiv. Es ist quasi diametral gegenüberstehend. Weiter schreibt er, es gibt kein Eifer mit einer Seite von Beta, es gibt nur den Mann, der sich wirklich um sich selbst kümmert, den Mann, der sich vorbereiten wird und für sich selbst sorgen kann. Der Mann, der Frame bis zur Arroganz aufrecht hält, denn das ist, wer er ist und was er wirklich verdient letztendlich. Nicht, dass er sagt, okay, ich muss das Frame halten, weil das dann wieder der Frau gefällt. Das sind nämlich dann wieder, wie vorhin gesagt, ja, diese fremdbestimmten Aspekte, ja, externer Locus of Control oder der Fokus auf andere. Im Vergleich, dass er das halt dann einfach so ist, sehr, sehr wichtig. Diese Kapier ist doch einfach Dynamik. Es gibt nur den Mann, der seine eigenen Umstände zu seinem eigenen Vorteil verbessert und dann dadurch als Nebeneffekt die Leute, die er liebt und zu denen er hier Verbindungen hat, die dann mit hochzieht. Und das ist der Mann, der es einfach kapiert. Und das ist ja genau das, wie er schon so oft betont, wenn man diese Wichtigkeit rausnimmt, den Frauen zu gefallen und irgendwann nur noch hier seine eigenen Interessen und schaut, was einem selber denn gefällt, erleuchtet das Selbstinteresse an erster Stelle zu stellen, dann zieht man damit ja viel mehr mit. Deswegen heißt es ja auch so schön, dass man Frauen verliert, wenn man Frauen hinterherjagt, aber niemals Frauen verliert, wenn man seiner Bestimmung oder Kohle oder Status hinterherjagt, weil das ist ja dann wieder genau das. Und das muss man halt machen, weil es einem selber gefällt. Und dann kommen als Nebenprodukt die Frauen. Denn sobald man es macht, um Frauen zu gefallen, hört man ja wieder damit auf, sobald die Frauen dann da sind und jagt den Frauen hinterher. Und das findet sie dann wieder unattraktiv, weil dann ist man nicht mehr dieser ursprüngliche Typ, in dem sie sich verliebt hat und wird wieder unattraktiv. Deswegen nochmal, es sind keine Identitäten, sondern Abstraktionsbegriffe, um das auch leichter zu verstehen. Aber wenn man das verstanden hat und sein erleuchtetes Selbstinteresse endlich mal erkennt, seinen Sinn im Leben herauskristallisiert, dann sind das hier positive Nebeneffekte. Weil dann hat man es einfach kapiert und aus der Sicht der Frau ist es dann einfach so passiert. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch das näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's Eich!